Das könnte der Beginn des elektrischen Luftfahrtzeitalters sein. Ein historisches Datum. Das erste vollelektrisch angetriebene Verkehrsflugzeug der Welt in Vancouver hat seinen Jungfernflug absolviert. Und dass in Zukunft Fliegen elektrisch wird, das ist gar nicht so utopisch. Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Clixoom gibt's übrigens mit den Wissenschafts-News jetzt auch täglich als Podcast. Die Links zu Spotify und Apple sind unten in der Videobeschreibung. 285 Gramm CO2 pro Passagier und Kilometer produziert die Luftfahrtindustrie und ist damit laut der EU-Umweltbehörde EEA die klimaschädlichste Verkehrsbranche überhaupt. Neben den verheerenden Auswirkungen auf das Klima dürfte der Luftfahrtindustrie aber vor allem auch der hohe Kheosinpreis als einer der größten Kostenfaktoren sorgen bereiten. Nicht nur die Automobil- sondern auch die Luftfahrtbranche steht also vor einem bedeutenden Wandel und das Thema elektrischer Flugverkehr rückt immer mehr in den Fokus. Der Traum vom elektrischen Fliegen von elektrischen Passagier-Jets liegt allerdings noch in weiter Ferne, da viele technische Probleme noch nicht gelöst sind. Genau wie bei Elektroautos ist die geringe Effizienz der Batterien noch die größte Baustelle. Aber auch wenn es noch dauern wird, bis der Flugverkehr rund um den Globus elektrisch angetrieben wird, ist ein erster Traum vom elektrischen Fliegen jetzt schon wahr geworden. In Kanada startete das erste vollelektrisch angetriebene Verkehrsflugzeug der Welt. Der elektrische Flugbetrieb in kleineren Maschinen auf kürzeren Strecken könnte also schon bald Realität werden. Das Pionier-Flugzeug, das vom Flughafen in Vancouver abhob und eine Runde über dem Fraser Flusslauf drehte, ist ein auf E-Antrieb umgerüstetes Wasserflugzeug vom Typ DHC2 DeHavilland Beaver. Die Maschine war vorher mit einem Kolben-Sternmotor ausgerüstet. Der Motor mit 750 PS sitzt in einer verlängerten Nase des Fliegers und die Batterien reichen für eine halbe Stunde planmäßiger Flugdauer und hat danach noch Reservepower für eine weitere halbe Stunde Flugzeit. Der E-Antrieb Magni 500 wurde von der Ingenieursfirma Magni X aus den USA entwickelt. Laut dessen Chef Roy Gansarski beweist der Jungfernflug, dass kommerzielle Luftfahrt mit Elektroantrieb möglich sei und markiert, Zitat, den Beginn des elektrischen Luftfahrtzeitalters. Am Steuer der Maschine saß Greg McDougall, der Chef des Unternehmens Harbour Air. Er möchte seine gesamte Flotte von etwa 40 Wasserflugzeugen umrüsten. Er erhofft sich davon, auf teuren Flugzeugtreibstoff verzichten zu können, um Millionen an Wartungskosten einzusparen, da Elektromotoren deutlich weniger wartungsanfällig sind. Damit der Antrieb in Serie gehen kann, sind erst noch einige Tests notwendig. Er muss auf seine Sicherheit überprüft werden. Außerdem braucht der Motor noch eine Genehmigung von den Behörden, die scharfen Auflagen unterliegt. Flugmotoren müssen sehr viel höhere Erwartungen an die Zuverlässigkeit und Sicherheit erfüllen, als etwa Pkw-Antriebe, da ein Ausfall oder eine Entzündung des Antriebs hier noch verheerender ausfallen würde. Mehrere Hersteller arbeiten an Konzepten, mit denen zumindest Kleinflugzeuge mit deutlich leiseren und kleineren Elektroantrieben ausgestattet werden sollen. Das größte Problem stellt momentan vor allem die Stromversorgung an Bord der Flieger, da Elektromotoren brauchen schon für den Flugzeugstart so viel Energie, dass sehr große Akkus verbaut werden müssen. Die sind derzeit einfach noch viel zu schwer, um kommerziell sinnvoll eingesetzt zu werden. Aber wie an diesem kanadischen Beispiel zu sehen, ist lösbar, denn eigentlich gibt es nur eine Herausforderung zu lösen und das ist der hohe Energieverbrauch und damit die beschränkten Kapazitäten der heutigen Batterien. Aber zwei Dinge spielen dabei eine wichtige Rolle. Erstens, der Energieverbrauch ist vor allem während des Starts hoch. Sprich, die Strecke, die geflogen werden soll, spielt dann gar keine so große Rolle mehr. Ist das Flugzeug erst einmal oben, ist der Energieverbrauch sogar relativ niedrig. Also kein Problem mehr für die Akkus. Zweitens, Akkus werden immer leistungsfähiger und es ist möglich, sie immer schneller zu laden. Sind Akkus also in der Lage, eine Flugstunde zu ermöglichen und können danach in Minuten aufgeladen werden, spielt die Akkukapazität kaum noch eine Rolle. Die DHC2 könnte dann einen ganzen Tag fliegen, wenn sie immer wieder schnell aufgeladen werden könnte. Elektrisches Fliegen ist also gar nicht so utopisch, wie viele annehmen. Die Skandinavier scheinen die Vorreiter in Sachen elektrischer Flugverkehr zu werden. Norwegen plant bereits die emissionsfreie Luftfahrt für das Jahr 2040. Ab dann könnten die norwegischen Inlandsflüge ausschließlich mit Strom betrieben werden. Und auch Schweden hat große Pläne. Der staatliche schwedische Flughafenbetreiber Svedavia hat kürzlich eine Strategie für die elektrische Luftfahrt verabschiedet. Deren Ziel ist es, alle zehn schwedischen Flughäfen auf elektrisch betriebene Flugzeuge vorzubereiten. Bis etwa 2025 soll sogar die erste kommerzielle E-Fluglinie in Betrieb genommen werden. Bis 2030 strebt Schweden sogar an, den Inlandsflugverkehr komplett ohne fossile Brennstoffe zu meistern. Und bis 2045 soll dann auch der Flugverkehr über die staatlichen Grenzen hinaus elektrisch werden. Der E-Flugverkehr wird also in den nächsten Jahren Wirklichkeit werden und selbst Taxis für kürzere Strecken könnten in Zukunft in Form von elektrischen Flugzeugen durch die Lüfte fliegen. Wie das Ganze sogar ganz ohne Piloten funktionieren soll, erfahrt ihr hier. Die Flugtaxis kommen, anklicken, anschauen und diesen Kanal hier klickt zum Science & Fiction kostenlos abonnieren. Bis dann. Bleibt dran. Bis dann. Bis dann.